Die cleanste Tastatur, die es gibt und dann noch ausgerechnet für Fortnite. Wenn ich das hören würde, würde ich direkt die Tastatur kaufen wollen. Und deswegen kaufen wir in diesem Video diese Tastatur, machen ein Unboxing und zum Schluss wären wir natürlich noch in Fortnite reingegangen und gucken, ob die wirklich so clean ist. Wenn euch das Ganze gefällt, würde es mich unfassbar freuen und natürlich auch supporten, wenn ihr im Video einen Daumen nach oben gehen könntet. Zusätzlich abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Jetzt würde ich aber schon sagen, wir jumpen mal rein und gucken mal, was für eine Tastatur wir uns überhaupt holen. Wie ihr schon sehen könnt, sind wir gerade bei Kraken-Keyboards und das ist auch schon die Keyboard-Marke, von denen die Tastaturen sind. Was man auch schon gut sehen kann, ist, dass es nicht nur Tastaturen gibt, sondern auch direkt Maus-Pads noch dazu. Das Ganze ist hier nämlich ein Bundle. Außerdem sieht man ja auch eine andere Art von Kabel, wie man hier sehen kann. Das sieht etwas anders aus, sage ich mal. Da bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt. Und dann würde ich sagen, nehmen wir uns kein normales, schwarzes, weißes Design, sondern wir holen uns einfach mal das Design hier, Add to Cart. Und dann, meine Freunde, würde ich schon sagen, sehen wir uns wieder, wenn das ganze Paket bei mir zu Hause angekommen ist. Wir können drei beraten, was gerade angekommen ist, meine lieben Freunde. Aber ich glaube, einmal reicht auch. So, wir haben jetzt hier das Paket, beziehungsweise das Keyboard und da ist auch natürlich was anderes noch drin. Wir packen erstmal hier die andere Tastatur beiseite, denn die werden wir auf jeden Fall nicht mehr brauchen. Denn wir haben jetzt auf jeden Fall ein Paket. Ich bin jetzt mal sehr gespannt. Wir müssen das Ganze natürlich erstmal auspacken. Natürlich wieder ein kleines Unboxing am Start. Ist auch jetzt wichtig, die ganzen Sounds mitzunehmen. Deswegen hier, wartet. Reicht auch wieder. Wir haben hier das ganze Paket auf jeden Fall offen und wir schauen jetzt gemeinsam mal rein, wie das Ganze jetzt aussehen wird. Ich wundere, die Cam ist ein bisschen kleiner, weil die Cam-Qualität nicht so unfassbar gut ist bei der Kamera. Aber wir sehen auf jeden Fall schon, eine Sache holen wir erstmal raus. Das Ganze sieht so aus. Kann ich natürlich erstmal so zeigen hier. Das Ganze ist wirklich sehr, sehr schön verpackt. Ich finde natürlich die Designs absolut geil. Also so Kraken-Keyboards, von denen sieht man auch direkt das Kraken-Design. Finde ich, ist eine sehr, sehr geile Sache. Wir schauen auf jeden Fall erstmal, was da drin ist. Ich bin selber gespannt. Ich weiß es selber nicht genau. So, wir schauen mal, wir schauen mal, wir schauen mal. Aha, okay. Das ist das Kabel auf jeden Fall. Diese Tastatur hat ja auch ein anderes Kabel. Also nicht so wie die Standard-Keyboards. So und ihr seht schon, dieses Kabel sieht ein wenig anders aus. Aber dazu kommen wir auch noch gleich. Dazu natürlich hier noch den Kraken-Keyboards-Sticker. Packen wir auch erstmal beiseite. Und meine Freunde, ihr seht es wahrscheinlich oben rechts in der Cam. Ganze Zeit schon. Hier ist auch tatsächlich ein Mauspad drin. Ich habe gerade gesagt, dazu kommen wir auch noch gleich. Und hier ist auf jeden Fall ein Mauspad. Viele wissen ja schon, da ich auch eine Partnerschaft mit Anify habe. Dementsprechend habe ich schon ein sehr geiles Mauspad. Allerdings werde ich für euch das Mauspad natürlich trotzdem testen. Und meine ehrliche Meinung dann trotzdem sagen. Die Gerne, dieses Seil ist fest, jetzt alles andere. Das ist crazy. Das ist das nächste Seil. Das nehme ich mit für Seven vs. Right, die nächste Staffel, Alter. So, wir packen auf jeden Fall das Mauspad jetzt aus. Bin sehr gespannt aufs Design. Man sieht es ja schon ein bisschen. Aber so komplett ausgepackt ist natürlich noch geiler. Ich zeige es euch mal als erstes. So sieht das Ganze auf jeden Fall aus. Ist auf jeden Fall ein nice Design. Finde ich komplett clean. Im Gegensatz zu meinem anderes Mauspad ist es auf jeden Fall kleiner. Aber ich habe auch das größte Mauspad, was es so eigentlich auf dem Markt gibt. Also mal davon abgesehen, ist es auf jeden Fall groß. Amin so, ja, es ist einfach mal so dreifach so groß wie mein Körper. Super. Sehr geiles Mauspad. Aber jetzt kommen wir zu der Sache, auf die ihr alle gewartet habt. Nämlich kommen wir jetzt schon zu dem Keyboardmann der lieben Freunde. Da bin ich jetzt auch wirklich sehr, sehr gespannt. Weg mit der Kiste, Alter. So, ich bin ja auch generell ein Fan von 60% der Tastatur. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall jetzt auf diese Tastatur. Ich habe ja auch lange, lange, lange keine neue Tastatur mehr gehabt. Also ich bin ja so ein Cheap, wenn dann was funktioniert, Digga. Dann behalte ich es bis zum Umfallen gefühlt. Ich habe, by the way, gerade die Öffnung gefunden. Also ich glaube, ich habe das andere auch falsch geöffnet. Aber egal. So, wir öffnen jetzt das Ganze mal. Ich bin sehr gespannt. Okay, so sieht das erstmal aus. Kommen wir das erstmal raus. Hier haben wir auf jeden Fall natürlich auch wieder diesen Krakensticker. Den habe ich jetzt zweimal. Und jetzt kommen wir zu der Tastatur, meine Freunde. Ich bin sehr gespannt, weil es ist auch immer wieder was Neues. Es ist tatsächlich diesmal kein weißes Design geworden, was ich da sonst immer habe. Sondern es ist passend zu der Tastatur ein schwarz-lianes Design geworden. Und die Tastatur sieht einfach ultra krass aus. Also ich finde die ultra geil. Die hat einen ultra geilen Style. Die geht auch so ein bisschen ab oder sowas. Man sieht es ja auch so. Die hat so eine kleine Steinung drin. Ich glaube, das ist ultra geil beim Zocken. Und der Sound ist wirklich krass, Alter. Was? Okay, das ist geil. Das ist geil. Ey, ich habe ultra Bock jetzt auf jeden Fall mit der Tastatur zu gamen. Eine Sache, die wir aber davon noch machen müssen, ist das Ganze natürlich erstmal anzuschließen. Ich will euch jetzt auch gar nicht lange auf die Folter spannen. Ich mache das Ganze jetzt schnell. Und dann sehen wir uns in Fortnite. So, meine Freunde, wir befinden uns jetzt auf jeden Fall ingame. Ihr seht auf jeden Fall auch rechts im Bildschirm jetzt meine Tastatur. Also die Perspektiven von meiner Tastatur. So sieht ihr auch nochmal die ganze Tastatur mit LEDs. Alles drum und dran. Und natürlich kann man die LEDs auch umstellen, soweit ich weiß. Aber mich interessieren jetzt die LEDs nicht so krass. Genau deswegen würde ich sagen, kommen wir erstmal zu dem ersten Test jetzt. Und das ist natürlich erstmal der Freebuild-Test. Beziehungsweise der Soundtest. Und alles drum und dran erstmal, würde ich sagen. Den Soundtest haben wir an sich zwar schon gemacht. Aber wie hört es sich an, wenn ich Freebuilde? Was erstmal sehr gut klappt. Okay. Und dann der Sound dazu. Und generell, wie sich die Tasten drücken lassen. Okay, okay, okay. Ist auf jeden Fall natürlich eine andere Erfahrung. Also ich habe jetzt, ich glaube drei Jahre dasselbe Keyboard gespielt. Das gerade, als würde ich auf einem anderen PC spielen. Beziehungsweise würde ich gerade ein anderes Spiel spielen. Aber. Ja gut, man sieht, ich fälle ein bisschen. Aber die ist schon ultra clean. Muss ich ehrlich sein. Die ist schon ultra clean. Irgendwas hat die. Die lässt sich einfach ultra clean spielen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wie das so sein kann. Okay, ich sag mal so. Man braucht halt auch die Zeit, um mit der Statur wirklich reinzukommen. Für Freebuilds, alles drum und dran. Dass man wirklich damit dann auch gut ist und so. Weil ihr seht ja, ich fälle schon noch ziemlich vieles rein und so. Und das kommt dann alles nach der Zeit. Also das kann man jetzt nicht erwarten, dass man dann wirklich direkt, sobald man eine Statur bekommen hat, dass man dann schon, weiß ich nicht, von Nido oder so ein Fortnite ist. Wisst ihr, worauf ich hinaus will. Das ist alles relativ viel Practice einfach nur, den man dort noch braucht. Und dann ist man mindestens gleich gut, beziehungsweise wahrscheinlich auch direkt schon besser. Mit der neuen Statur zu spielen, verbessert man sich gleich auch wieder. Und die Statur ist ultra clean. Man hat richtig Spaß, sie zu spielen hier. Ich meine, das bockt schon wirklich richtig. Muss ich ja auch nicht irgendwie an die Nase fielen oder sowas. Also ich finde wirklich, das bockt. Also das kann ich wirklich nicht anders beschreiben. Macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und, denke ich, die Freebirds gehen anders durch, aber gerade. Okay. Show me, show me, show me meat. Also davon abgesehen, dass ich uneingespielt bin und gerade auf der neuen Statur bin, da ist es echt gut Freebin, bin ehrlich. Ey, das ist wirklich geil, ohne Scheiß. Ich könnte es jetzt einfach hier so jahrelang weitermachen. Bisschen über Triebemann. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, mit dieser Statur zu Freebin, beziehungsweise generell erstmal die Statur zu spielen. Das muss auf jeden Fall schon mal gesagt sein. Also bisher würde ich auf jeden Fall sagen, sie ist sehr clean, aber ob es die cleanste Statur ist, lässt sich denn wahrscheinlich erst in-game sehen. Deswegen würde ich sagen, springen wir direkt mal in eine Runde Fortnite-Ranked rein. So meine Freunde, wir gehen in Richtung Levelschläfer. Levelschläfer sind dort erstmal die Stadt zu clean. Okay, klappt erstmal ganz gut, wenn der Typ jetzt keine Waffe bekommt. Er bekommt eine Waffe. Ja, doch nicht. Sehr gut, auf jeden Fall für uns schon mal. Und dann versuchen wir natürlich auch, hier in dieser Stadt den Bot zu holen. Das ist ja das Hauptding, weshalb wir gelandet sind. Ist ja klar wie Kloßbrühe. Und bisher, muss ich natürlich sagen, fühlt sich alles clean an. Falls etwas nicht clean ist oder sonstiges, werde ich es auch direkt sagen im Video. Denn eins, was ich auf jeden Fall auch noch gesagt haben muss, ist, dass dieses Video eine Kooperation ist. Also Kraken-Keyboards haben mir auf jeden Fall diese Tastatur zugeschickt, dass ich die für euch testen kann. Deswegen, weil ich auf jeden Fall meine ehrliche Meinung sage, meine Freunde, da könnt ihr auf jeden Fall mir vertrauen. So, einer ist jetzt zwar noch mitgelandet, aber ich habe actually gar keinen Plan, wo der ist. Also ich sehe die ganze Zeit nur Snaps von Bot. Aber ich habe da auch ein bisschen Angst hinzuholen jetzt, weil das Problem ist, wenn ich jetzt versuche, den Bot zu holen, dann wird dagegen das Safe von irgendeiner Ecke kommen oder sowas. Da habe ich gar keinen Bock drauf, ehrlich zu sein. Digga, noch eine blaue Pump. Das kracht komplett. Okay, come on. Ich habe jetzt Crazy Loot, Digga. Ja, ich probiere jetzt einfach den Bot zu holen. Das wird schon irgendwie klappen, wenn ich dann den jetzt anlacke. Come on. Da muss jetzt gut erstmal was reingehen. Da geht auch gut was rein. Haben wir ihn dead auch schon. Nehmen wir uns die Pump alles drumherum dran und haben somit den Bot schon dead. Und wie es ausschaut, ist es nicht mal irgendein Gegner in der Nähe. Also ist ganz entspannt. Ah! Oh mein Gott! Oh mein! Oh mein Gott! Oh mein! Oh mein! Das ist noch ein Gegner! Das ist noch ein Gegner! Das ist noch ein Gegner gewesen! Das sind wieder, wieder ein Gegner! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Heilige! Was geht jetzt ab? Aber ich bin echt gut zurechtgekommen gerade, muss ich sagen, mit dem Keyword. Also mit der Tassenkombination und sowas. Ich finde mich da echt schnell ein, muss ich wirklich sagen. Problem ist halt jetzt, ich habe zero Builds. Also wirklich zero. Ey Mann, ich habe mich gerade noch drüber gefreut, dass da keiner campt und auf einmal campt an jemanden, Digga. Also das kann es halt nicht sein, ne? Ach du Scheiße! Jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich aber fein, in die Tod, glaube ich. Komm schon. Torf, Mann. Los, fahr! Schrei, los, fahr! Digga, ich werde wieder gesliped, ne? Also das ist so krass, ne? Das ist so krass, was hier abgeht. Erst am März zwar. Der Typ hat mich aber angeschossen und kommt auch gerade, ich sehe ihn. Okay, warte mal. Auf dem Zug sind welche, glaube ich, ne? Mein Gott, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Digga, auf dem Zug ist, glaube ich, wirklich jemand, ne? Ja, auf dem Zug ist jemand. Ist der dumm. Ist der dumm. Der wird, Digga, nicht wieder rauskommen. Der wird gesliped. Das ist einer P. Der andere hat auch 50. Digga, jetzt ist noch einer, ne? Irgendwo snipet noch jemand und hier sind zwei. Der wird Tetraus sniped. Braucht die März aber. Okay, ich habe jetzt zwar alles, aber jetzt kommt der andere Gegner. Mal schauen, was jetzt wird. Okay, kann man. Let's go, Mann. Let's go. Mitchell Attack, Bro. Da kann auch nichts gegen machen. Was ist das? Was habe ich da aufgehoben? Keine Ahnung, was das war. Egal. So, da scannen wir uns auf jeden Fall erstmal alles. Wir haben wirklich guten Loot jetzt hier wieder. Und wo wir komplett scuffed waren. Nur im März. Wir haben Capca Camp wieder. Wir haben genug hier. Wir haben irgendwie Mitchell Attack. Das ist wirklich echt, echt gut. Und bisher haben wir Tastatur wirklich alles fein. Also wirklich komplett. Ich habe drei Jahre dieselbe Tastatur gespielt. Und das, was ich bisher gesehen habe, ist wirklich krass. Also, dass es direkt so klappt mit der neuen Tastatur. Vor allen Dingen ist es halt wirklich einfach, es ist halt einfach ein geiles Feeling. So, mit so einer kleinen Tastatur zu spielen, ist schon irgendwie, schon irgendwie was anderes. Ich glaube vorhin hier irgendwo. Oh Gott, da. Okay, 50. Er hat mir aber auch 50 gegeben. So, können wir uns mal ein BG. Hier, da gönnt sich ja gerade auch was. Und da wird reingejumpft, Bro. Ja. So, Jürgen. Was denn los, Junge? Würde ich sagen, Daddy oder was? Was soll ich euch denn sagen, Digga? Okay, der nächste Gnern hat sich da gerade geboxt. Da würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal an. Weil der wird bestimmt auch hier gleich hinkommen. Ja, der wird da bestimmt gleich rauskommen. Guck mal, der schaut schon. Ich habe ja gerade den FA geschickt, ne? Was ich gerade getötet habe. Ich pushe den mal. Was ist mit dem los? Hä? Also, davon abgesehen, dass ich komplett daneben geaimt habe. Was war denn das für ein NPC? Biggest NPC of... I don't know. Gerade wieder ein Follow reinbekommen bei Twitch, Digga, wo ich nicht mal live bin. Kurs geht raus an der Stelle, Jungs. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei diesem Typen. Generell bei jedem, der vorbeischaut. Auf jeden Fall erster Link in der Videobeschreibung oder einfach bei Twitch den Namen TrialsFN eindegeben. Würde mich unfassbar freuen und natürlich auch supporten. Deswegen, Kurs geht raus an jenen, der vorbeischaut. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, denn hier vorne ist ein Typ mit irgendwie drei Mediões oder sowas. Ja, das gefällt mir gar nicht. Deswegen müssen wir den Typen jetzt erstmal, finde ich mal, da ist er, und dann versuchen, zu eliminieren den Peter Griffin Mediões und auf jeden Fall auch Skar Mediões. Deswegen kann das auf jeden Fall jetzt ein bisschen schwieriger gefeilt werden. Nein, was war's? Er hat einfach 1 AP, 6 AP hat er. Ich wollte eigentlich, dass er mich sogar boxt und dass ich das dann mache, ne? Es war wirklich Teil des Plans eigentlich, so halb jedenfalls. No way, Bro. Was? Egal, was ich auf jeden Fall zu der Tastatur sagen kann, ist, dass sie wirklich, wirklich clean ist. Ob es die cleanste Tastatur in Fortnite oder generell für irgendwelche Games oder generell einfach, ob es die cleanste Tastatur ist, kann ich jetzt nicht behaupten. Allerdings hat das ja auch nie irgendjemand groß gesagt gehabt. Ich würde auf jeden Fall aber sagen, dass es wirklich eine clean Tastatur ist, dass sie sich geil spielen lässt und für den Preis auf jeden Fall eine Empfehlung ist. Schaut auf jeden Fall dort gerne vorbei. Zweiter Link in der Videobeschreibung oder einfach Raken Keyboards eingeben, dann findet ihr die Website auch. Es gibt dort auch verschiedene Mauspads oder auch verschiedene Mäuse, deswegen auf jeden Fall die Seite mal abschecken. Ich bedanke mich an jeden jetzt, der noch am Start war. Kurs geht raus auf jeden Fall fürs dabei sein. Lasst auf jeden Fall gerne nochmal ein Like da, wenn ihr es noch nicht getan habt und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, haut rein und Tschüss. Bis dann,